Herr Rieke, der jungen Schiedsrichter, bitte begrüßen Sie hier, E.A. Theo Silvonekau. Und nun zu den wichtigsten Gästen, zu unseren Stars. Und das sind ja wirklich zwei absoluten Legenden des Zucker. Ich stelle Ihnen vor, wie in der Korrektik einfolge, das heißt, entsprechend Ihrer Weltanliste Platzierung und der erste Spieler, ja, da brauchen wir gar nicht über Titel zu reden, aber es ist die Art und Weise, wie er spielt, wie er immer wieder fasziniert, wie er hunderttausende Millionen von Menschen zu Zuckerfans gemacht hat. Heute wieder hier in den Arm, meine Damen und Herren, hier kommt The Rocket, hier kommt Romain Gold. Applaus Der ist Anfang Mai wirklich in den Zucker-Olymp aufgestiegen, seit über zwei Jahren, seit Februar 2015. Ununterbrochen die Nummer eins der Weltanliste. Seit Anfang Mai gehört mich zu diesen erlesenen kleinen Kreis von Spielern, die es geschafft haben, ihren behältigen Inclusivator zu verteidigen. Hier ist er, die Nummer eins der Weltanliste, der dreimalige und aktierende Weltmeister Mark Sully. Die Nummer eins der Weltanliste, der dreimalige und aktierende Weltmeister Mark Sully. Die Nummer eins der Weltanliste, der dreimalige und aktierende Weltmeister Mark Sully. Die Nummer eins der Weltanliste, der dreimalige und aktierende Weltmeister Mark Sully. Ich möchte Ihnen wieder viel Erfolg wünschen und Ihnen allerbestes Buch und Haltung. Viel Spaß und danke fürs Kommen. Applaus 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 Applaus